ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll jo mein lieben, schabau und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und das leute ist das langersehnte 200 abospecial freunde und ja, leute ich kann es noch nicht fassen, 200 abonnenten, 200, leute ihr habt eiskalt innerhalb von einem, einem monat 50 abos gemacht, 50 das ist einfach krank leute, krank und ich dachte mir einfach, nachdem zu den 3 jahre special nur so ein special kam und zu den 100 abonnenten kam auch nur so ein geschnittenes video dachte ich mir, dass ich zu den 200 abos einfach ein fettes giveaway mache mit verlosungen over the top und ja, leute, was es gibt, ist auf jeden fall nice und sehenswert Leute, ich muss einfach nochmal danke sagen, ich muss, das ist einfach, ne, das ist einfach zu krass das ist zu heftig, in einem monat, als ich jetzt angefangen habe, meine videos jetzt so anders zu schneiden, habt ihr einfach 50 abos drauf das ist einfach zu nice, viel zu nice Leute, wundert euch nicht, dass ich irgendwie so lisple, wie so ein 41er aber ich war heute beim Kieferautopäden und die haben mir da irgendwas komisches reingemacht, deswegen ein bisschen anders First of all, Leute, was ich zu den 200 abonnenten raushaue, als Verlosung ist der premium rang auf dem gommehd.net war Leute, ein monat premium verlose ich an einen von euch, Leute und wer premium gewinnen will, schreibt einfach Hashtag premium in die kommentare da machst du automatisch beim gewinnspiel fürs premium mit, Leute was ich davor noch sagen will, ist, dass einer kann immer nur eine sache kriegen, damit es fair ist also es sind insgesamt zwei sachen plus eins extra das heißt premium rang ein monat auf gomme verlose ich an euch, Leute ich weiß es zwar nur einen monat, aber dennoch, ein monat kann einem richtig lang vorkommen deswegen verlose ich ein monat auf gomme an euch ich weiß gar nicht, ob das so legitim ist wenn nicht gomme, dann als zweite sache, Leute als zweite sache kommt von meinem designer könnt ihr euch einen freshen banner umsonst verlose ich an einen von euch einen freshen, ultra geilen banner den euch mein heftiger, ultrakranker designer zur Verfügung stellt praktisch, Leute weil er schreibt mir so warum, wofür hast du deinen designer wenn er dir keine krasse sache geben kann deswegen Leute wenn ihr einen banner gewinnen wollt schreibt ihr Hashtag Banner in die kommentare dann macht ihr automatisch beim gewinnspiel für den banner mit aber wie gesagt Leute bei beiden mitzumachen bringt euch schon was wegen doppelter chance aber ihr könnt nicht bei beiden gewinnen deswegen würde ich nur bei dem mitmachen was man haben will und nachdem wir jetzt schon zwei fette nice sachen habt die ihr gewinnen könnt und ganz wichtig hier gibt es keine kooperationen oder so einen scheiß mit gomme zum beispiel dass ich nichts dafür zahle oder so sondern es kommt aus meiner eigenen tasche für euch no problem Leute no problem wollt eigentlich dreimal premium aber das wäre mir ein bisschen langweilig deswegen packe ich jetzt Leute noch einen drauf ihr werdet wahrscheinlich in meinem nächsten videoset sehen dass ich ein anderes texture pack benutzen werde bald denn als drittes haue ich mein eigenes texture pack zum download dann raus was bald kommt Leute wird richtig nice kann man sich richtig gut gönnen als dritte Sache also Leute ihr habt jetzt original Zeit bis zum montag nächste woche also am 20 august bis dahin habt ihr Zeit um euch für den premium rang oder für den banner in den kommentaren nicht zu bewerben sondern da einfach mit zu machen um eins von oder beides zu gewinnen halt eins von beiden zu gewinnen und an dem tag release ich auch das texture pack also schreibt euch diesen tag im kalender auf 20.08 haue ich die beiden sachen raus Leute ich mache das per random kommentarpicker dass mir keiner vorwerfen kann dass ich die kacke hier fake denn ich fake nichts Leute und ja Leute so viel dazu und will jetzt einfach noch die verbleibende Zeit dafür nutzen um einfach Danke zu sagen Danke für 200 Abos Danke für die Leute die von Anfang an dabei sind mich hier auf diesem Weg unterstützt haben ich danke euch einfach Leute ich danke euch es gibt Leute die sagen 200 Abos das ist nichts das macht ein ein Kronk macht am Tag oder in einer Stunde 200 Abos und ich denke mir nur so für mich ist das mega viel Leute und so machen wir auch weiter auf unserem Trip auf dem wir gerade sind wir gehen immer weiter und weiter und weiter Leute und irgendwann werdet ihr sehen dass vielleicht aus 200 Abos irgendwann mal 2000 und aus 2000 20.000 geworden sind Leute so muss man immer denken Leute motiviert euch immer selber im Leben das ist richtig wichtig gibt euch niemals auf egal was los ist egal was irgendjemand sagt du bist scheiße in dem oder dem du machst weiter Leute es gibt Leute die sagen doch immer jetzt sagen immer noch Leute zu mir Minecraft Minecraft hör auf mit Minecraft wechsel auf Fortnite mit Minecraft wirst du niemals Erfolg haben und ich denke mir nur so nein Leute ich zieh mein Ding durch zieht immer euer Ding durch hört nicht auf andere Leute die euch irgendeine Mist erzählen sondern kämpft kämpft für einen Traum wie Youtube das ist mein Traum und ich werde für meinen Traum kämpfen und mir meinen Traum holen Leute mit euch an meiner Seite als Unterstützung und so werden wir das schaffen und so kommt ihr auch an euer Ziel Leute wenn ihr immer in eurem Leben aufgibt und nicht bei irgendetwas dran bleibt Leute ich bin schon seit 3 Jahren auf Youtube dabei hab hab jetzt 200 Abos Leute Leute würden jetzt schon aufgeben weil sie gar keinen Bock mehr haben Leute aber ich bleib dran Leute ich sag's euch ich werd niemals quitten denn meine Motivation ich frisch meine Motivation immer selbst auf ich brauch nichts was mich pusht natürlich pusht mich das wenn ich eure guten Kommentare unter den Videos sehe aber dennoch dennoch Leute selbst wenn ich mal Hater Kommentare bekomme würde ich strong bleiben Leute und merkt euch das ist extrem wichtig fürs Leben auch wenn ihr richtig Schläge in die Fresse bekommt müsst ihr immer aufstehen immer egal was los ist egal in welcher Situation denn wenn ihr nachgibt seid ihr die Verlierer ok sowas wie diese Rede der Schlauere gibt nach nein Leute gebt nicht nach kämpft weiter kämpft für euren Traum Leute und ich weiß nicht woher ich grad diese Motivationsrede habe die ist mir einfach so entsprungen aber ich bin einfach so hyped Alter ich realisiere ich realisiere das einfach immer noch nicht 200 Abos ey ey das ist so krank Leute ich stehe so auf schaue auf mein Handy und ich sehe als erster das Headshot Browser mir gratuliert zu den 200 Abos und das ist einfach ultra krank Leute und ja abschließende Worte 20. August bis dahin könnt ihr euch bewerben ballert die Kommentare voll wenn ihr das wollt aber Leute bitte macht keinen Spam oder so damit die anderen auch noch genug Chancen haben und dann würde ich einfach mal sagen danke für die 200 Abos das soll es vom Video gewinnen sein ich hoffe das Video hat euch gefallen und ja zeige ich mit einer Bewertung hier findet ihr die anderen Videos haut rein machts gut und ciao bis zum nächsten Mal